Was würdest du machen, wenn du jetzt hier in diesem Haus unter diesen Umständen Regie führen musst? Ich weiß nicht, was ich... Ihr habt von Regie keine Ahnung und ich habe keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass man oben irgendwelche Politiker zu einer Hirntransplantation und zwar in dieses Krankenhaus bringt.